Welche Schuhe soll ich anziehen? Drücken, stopp. Wo ist die redaktionelle Arbeit? Ich bin dieses Sad-Cat-Meme gerade. Ich sag niemals M, ich red wie Obama. Soll ich sagen, dass ich Fotograf bin? Ja, ich mach halt bisschen Bilder und dann mach ich da so ein paar Filter drauf und dann passt das. Mein Name ist Alvin Meigler und ich bin BFF Junior in der Region Baden-Württemberg. Und wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen stehe ich lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Deshalb versuche ich mich jetzt relativ kurz zu halten. Der Hauptfokus meiner Arbeit liegt auf der inszenierten Mode- und Porträtfotografie. Wo ich versuche mit meiner Bildsprache trotzdem so authentisch und natürlich wie möglich zu sein. Ich finde dieses ganze Schickimicki-Zeug mega geil. Also das mache ich voll gern Mode, weil du hast halt die Möglichkeit, dich kreativ komplett auszutoben. Gerade wenn man eben ein geiles Team hat, das geölt läuft, dann sind da den Gestaltungsmöglichkeiten eigentlich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Aber es ist natürlich schon auch nice, wenn du einfach irgendwie rausgehst mit einer Point-and-Shoot-Kamera analog einfach nur random durch die Gegend läufst und drauflos ballerst. Ballern! Trash! Point-and-Shoot! Ja genau. Den Großteil meiner Post-Production übernehme ich eigentlich selber. So habe ich und auch Kunden den direkten Einfluss darauf, wie man noch den Feinschliff gestalten will. Und es bleibt im Endeffekt alles in einem Guss. Also, willst du noch was sagen, außer Apfel essen? Ja, jetzt lass einfach ein paar behind the scenes laufen und dann passt das. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017